Musik Robert 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 Robert, komm doch mal in die Küche Was ist denn los? Ist die verdammte Kaffeemühle schon wieder kaputt? Nein, wir kriegen neue Nachbarn Wunder, deswegen stell ich mich doch nicht hinter die Gardine Früher war mir das auch egal, aber jetzt hier? Ich hab mich schon gewundert, warum das Haus so lange leer steht Ach, nun komm, nun lass mich doch noch ein bisschen in der Sonne sitzen Ich komm eh in diesem Jahr so wenig davon Was denn tut schon wieder weh? Mel du, Spaß macht's Ach, deine schlechte Laune müsstest du mal selber ertragen Na, hab du doch mal sowas, nicht? Meine Weisheitszähne hab ich ja Gott sei Dank schon alle Sieh mal, das muss der Mann sein, sieht ja komisch aus, weil Na ja Und die Frau, hoffentlich ist sie nett, dass man sich mal mit ihr unterhalten möchte Na, solche Leute wehren sich doch deiner Meinung gar nicht erst hierher Du bist ein richtiges Ekel heute Du hast ja den ganzen Tag jemanden, mit dem du reden kannst Aber ich führe manchmal sogar Selbstgespräche Na, wenn ich nach Hause komme, da redest du wie ein Wasserball Ja, weil sich's den ganzen Tag über aufgestattet Sieh mal, ein Biedermeiersekretär Wenn der er erbt ist, stammen sie aus einer guten Familie Na, schau mal da, ein Weinheber Wenn der er erbt ist, dann stammen sie aus einer Trinkerfamilie Weißt du schon, was der Mann bei euch machen wird? Naja, ich will noch herausstellen Na, Hauptsache, du hast doch dein Gespräch am Garten song, nicht? Guten Tag, entschuldigen Sie bitte die Störung aber, wir sind die neuen Nachbarn Sie stören gar nicht Komm, Robby Wir haben sie vorhin schon einziehen sehen Ah, ja Guten Tag Sonntag Ach, guten Tag Sonntag freut mich Was? Sie heißen Sonntag? Ja, warum? Wir auch Ah, was? Das ist ja ein Ding Sonntag und Sonntag, Tür an Tür an Und das Ganze in Bottenstedt, nicht? Naja, dann auf gute Nacht, Maaschaft Ja Ach, äh, kommen Sie doch ein bisschen rüber zu uns Gerne, wenn Sie nicht stören Aber nein Hoffentlich haben wir wenigstens nicht dieselben Vornamen Meiner fängt mit R an Ach du Donnerwetter, meiner auch Nein Richard Nee, Robert Na also Und die Damen? Ina Edith Das geht ja noch Stellen Sie sich vor, wir kriegen den ersten Preis in einem Preis zu schreiben und Sie haben es eingeschickt Würden wir aber protestieren Sind das Ihre? Ja Florian, Matthias, kommt da mal runter Ja Haben Sie auch welche? Nein, leider nicht Dafür haben wir aber immer ein Tier im Haus Ah Zurzeit züchte ich Mäuse Mäuse? Ja, weiße Mäuse, wenn man die mit anderen Rassen kreuzt, da kriegt man die tollsten Farben raus Die müssen Sie uns unbedingt dann mal zeigen Ja, gerne Nun sagt mal schönen guten Tag, das sind Herr und Frau Sonntag, unsere neuen Nachbarn Stellt euch vor, Sie heißen genauso wie wir Du bist sicher der Florian Nein, das bin ich noch Nein, das ist er doch Also wenn wir Ihnen in der ersten Zeit mit irgendetwas aushelfen können, dann sagen Sie es ruhig vor Sonntag Vielen Dank, Frau Sonntag Und wenn Sie mal Ihre Kinder loswerden wollen, ich hab ja so viel Zeit Ach, das hat mir noch niemand freiwillig angeboten Frau Sonntag kennt unsere Kinder eben noch nicht so genau nicht Ach, da schau her Gib's Ihnen es an Na, endlich Wenn die Straße da mal fertig ist, dann lohnt es sich doch wenigstens hin und wieder mal seinen Wagen zu waschen Das ist jetzt zu der der Firma kehrt Noch ein Sonntag, da geht er Ja, ich weiß, wo neben uns Okay So ein Zufall Kennen Sie ihn? Ja, wieso? Der Mann ist pundig, der ist ungänglich Der hat gespannt, dass dir auf einer Baustelle eine solide Währung ist Die einzige Währung, die was gibt auf einer Baustelle Und interessieren würde sich für jeden Guten Abend, der Sonntag Guten Abend, der Sonntag Hast du bei Ihnen immer so spät? Ach nein, aber in der letzten Zeit hatten wir wieder ziemlich knappe Termine Bei mir läuft der Laden Meine Leute spuren seit ich ein paar Kästen Bier abfüllen lassen Hier, den wollte ich Ihnen eigentlich nur geben, der ist für Sie Ah, von den Tims? Hat der Briefträger heute Morgen bei mir durchgesteckt Wo steht doch die richtige Hausnummer drauf? Ja, für A oder für B, wer sieht da schon so genau hin? Den Briefträger können Sie da keinen Vorwurf machen Eher schon hier, dass ich ihn aufgemacht habe Nächstes Mal mache ich den Brief von Ihnen auf Hoffentlich keinen Zahlungsbefehl Oder wir machen das so, wir lernen den Namen unserer Bekannten auswendig Ja, oder so Das, was von Gert und Carsten Timm kommt, das ist in Zukunft für mich bestimmt, gut? Ach Was Unangenehmes Ja, scheint so Ich sag's ja immer Erst Heir hat ein Knallunfall und wenn dann die geringsten Schwierigkeiten auftreten Die Moneten mal nicht stimmen Bums, lässt man sich scheinen Äh, ja Na ja, ist doch wahr, nicht? Glaube ich muss jetzt rüber, also Schönen Abend noch Na ja, oh, Herr Donald! Na, war für uns dabei? Na, mal sehen Na, danke Wenn das für Sonntag dabei ist, dann steht ja neuerdings noch längst nicht fest, dass das für Sie ist, Herr Sonntag Kann man wohl sagen, ja Moin, der Herr Morgen Morgen, Herr Sonntag Wenn das für mich dabei ist, Herr Oberpostrat, dann gleich mal hier damit Na, Moment Zuerst war 4 A da Augenblick bitte, Herr Sonntag So, wir Das ist für Sie, Herr Sonntag Ja, stimmt, danke schön Danke, Herr Sonntag, danke Tschüss So, hoffentlich stimmt's Also mit Ihnen beiden hatten wir's ja wirklich nicht leicht, Herr Sonntag Meineswegen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, Herr Donath, aber er ist, Herr Wulden Ganz penibler Du, mein Schatz, du, ich hab was uns gehört Also, Robert ist doch nun wirklich kindisch Was heißt denn hier kindisch? Er ist ihm sogar mit dem Wagen entgegengekommen Na, weil er schon zur Arbeit gefahren ist Ja, er muss auch gleich zur Arbeit Du, den Wagen kannst du mir mal wieder da lassen, ich müsste dringend zum Friseur Nee, nee, du, morgen, mein Schatz, morgen, morgen bekommt Beke seinen Wagen wieder, da kann er dich mitnehmen Ach, Gott, ist das schade Tschüss, mein Schatz, wieder die Moscheele Ist was Wichtiges dabei? Ja, ja, hier, Prospekte Und dafür bist du extra rausgelaufen? Du, Robert, wir müssen doch mit denen auskommen, wir bleiben mindestens zwei Jahre Ja, leider, leider, du, ich hab schon immer was gegen Leute gehabt, die so hießen wie ich Also, tschüss, mein Schatz Tschüss Aua, mein Zahn Verzeih Und tu Herrn Sonntag nichts Können Sie mich mitnehmen? Ich bin aus der Verwaltung vom alten E-Werk Ja, komm, steigen Sie an Tag Tag, Sonntag Na ja, Sonntag? Ja Sagen Sie, haben Sie hier einen Bruder oder so? Nein, warum? Ja, ich hab neulich schon mal einen Bus verpasst Da hat mich einer mitgenommen, der hieß auch Sonntag Der war richtig klasse Ein echter Kavalier mit Handkuss und so Ja, und am Abend hat er mich zum Essen eingeladen Dann droge ich ein netter Mensch zu sein Aha Wie viele Türme hast denn auf? Sechs Mensch, die sind hoch Lass das! Ach, ihr sollt hier nicht rumschreien, Matthias, du sollst doch deine Aufgaben machen Mami, wenn der mich immer stört Sonntag? Wie bitte, Jam? Nein, das ist ein Irrtum Erstens haben wir bei Ihnen noch nie was bestellt Und zweitens hat mein Mann seine Rechnung noch immer pünktlich bezahlt Natürlich weiß ich darüber Bescheid, wo wir unseren Wein bestellen Nein, aber vielleicht kann ich Ihnen das erklären Neben uns wohnt auch eine Familie Sonntag Ja, 34,78 Vielleicht fragen Sie da mal nach Mhm, bitte sehr Wer war denn das? Ach, nichts Immer wenn sie nichts sagt, ist es was Schlimmes Acht geteilt bei vier Ist Rest Sechsundsechzig Lass mich doch mal rechnen Frau Sonntag hat mir vorhin Ihre Mäuse gezeigt Na und? Ich wünsche mir ein Pony zum Geburtstag und das gehört mir ganz alleine Ach, das ist mir aber unangenehm Ach, macht ja nichts Ich finde nur, wir sollten uns immer gleich sagen, wenn wir an die falsche Adresse geräten Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber mein Mann ist in Geldangelegenheiten immer so Na ja, so großzügig Er will immer alles alleine erledigen und dann passiert das Trösten Sie sich Bei uns habe ich den größten Teil der Buchhaltung am Hals, meiner meckert dafür immer nur Sagen Sie, haben Sie eigentlich noch Karten bekommen? Ach, fürs Konzert, ja Anschließend wollen wir noch irgendwo hingehen, wissen Sie was Nettes? In Gröderburg Ja Ja, der Ratskeller ist ganz gemütlich Na, dann wollen wir ihn mal gleich ausprobieren, nicht? Ich muss noch zum Friseur Also entschuldigen Sie vielmals nochmals, aber ich hoffe, das kommt nicht mehr vor Hoffentlich Guten Tag Guten Tag Frau Sonntag Ja Wenzel ist meiner, bin Gerichtsvorzieher, muss bei Ihnen pfenden Pfenden? Bei mir? Nein Doch, ich habe einen vollstreckbaren Titel gegen Sie Was steht denn für eine Adresse drauf? Herr Sonntag, Wottenstedt, R-W-4-B Na, sehen Sie, hier ist A Ja, aber der Name Kommt öfter vor, als Sie denken Daneben an, gehen Sie mal da rüber, da wohnt nämlich auch noch ein R-Sonntag Tatsächlich? Ja, dann entschuldigen Sie bitte die Sörung Vielleicht klappt es das nächste Mal Das wäre mir ein Vergnügen Herr Sonntag, Telefon Herr Sonntag, Telefon Herr Sonntag, was ist denn? Was? Ich verstehe kein Wort Ja, was denn für eine Verschalung? Ja, hier ist Robert Sonntag Oh, nur Kinder, nur lass mich doch in Ruhe, ist ja langsam albern Oh Herr Sonntag, tut mir sehr leid, eine Missgeschichte Es ist zu eng hier Ja, schon gut kann jedem mal passieren Oh, ist doch Haben Sie das gesehen, Becker? Also dieser Schuppen, der ist hier aber auch verdammt eng Sollte man lieber eine zweite Kartini aufstellen Getrennt? Für Gastarbeiter und Einheimische? Ach Quatsch Ach, wird es nicht? Wenn wir Sie wenigstens beim Essen nicht mehr sehen würden Nein, Sie können ja sagen, was Sie wollen Aber wenn Sie sowas hier veröffentlichen, dann ist das keine Privatangelegenheit mehr Damit schaden Sie uns allen Mit was schade ich euch allen? Mit Ihrem Leserbrief hier Kann sie doch nicht machen, so gegen die Leute zu polemisieren Auf deren Mitarbeit sind Sie schließlich auch angewiesen In meinem Leben noch nie einen Leserbrief geschrieben Also Also jetzt werde ich aber langsam sauer, wirklich Da steht's doch Herr Sonntag Ja, Herr Sonntag, Herr Sonntag ist mein, ist mein Nachbar Schreibt doch nicht so einen Quatsch Außerdem habe ich nichts gegen Tremdarbeit, am Gegenteil Ich hatte... Entschuldigen Sie lieber Ich konnte mir das aber gar nicht vorstellen Aber Sie sollten das denen auch sagen Was? Ja, ob ich denen das sage Aber vorher habe ich noch jemand anderem was zu sagen Zigarettenachbar? Herr Sonntag, ich habe diesen Brief nicht geschrieben Ich möchte ihn noch nicht geschrieben haben, ist das klar? Aber ich habe doch nur ausgesprochen, was viele denken Ich nicht Oh Na bitte Das ist Ihre Sache Außerdem war das gar nicht so gemein Ich habe mich nur über so einen Burschen geärgert, der Mist gebaut hat Und hinterher liest sich alles nachher furchtbar wichtig Ja, dann stellen Sie doch die Sache wenigstens richtig und erkennen Sie geöffentlicht zu Ihrem Brief Tue ich doch, ich habe ihn ja unterschrieben Ja, leider Wollen Sie Soll ich einen Rundtreiben loslassen? Noch mehr Staub aufwürbeln? Das ist mir doch ganz egal, ich will Ihren Brief nicht ausbaden Die Leute denken doch hier, da Peter hat mir sowieso schon einen an Teller Herzen sofort versehen über einen Anzug gekippt Ja, es tut mir aber leid Auf alle Fälle werde ich eine Richtigstellung von der Zeitung verlangen Wäre natürlich eine Möglichkeit, oder? Was soll ich Ihnen schreiben? Herr Er Sonntag? Erlenweg? Kriegt Wert auf die Feststellung, dass er nicht identisch ist mit Herrn Er Sonntag? Erlenweg? Auf jeden Fall lässt die Verwaltung erstmal ein Rundschreiben los Muss nur noch übersetzt werden, weil Ihr Fall selbst auf Deutsch ziemlich schwierig zu erklären ist Sie glauben, das genügt? Ja, abwarten So, heute wird mein Wagen fertig, ab morgen kann ich Sie dann mitnehmen Dann würde sich meine Frau freuen Sie lebt doch richtig auf, wenn sie einen Wagen hat Verdammt Was ist denn? Ach, ey Na, nagelneuer Reifen Kommen Sie mal her Der andere auch Was denn? Oh, das tut mir aber leid Ja, mir auch War auch ein neuer Reifen Durchgestochen, was? Na, nur die Ventile aufgemacht Ich schätze, die Gastarbeiter lassen grüßen, weißt? Diese Idioten Hätten sich doch wenigstens an die richtige Adresse wenden können Guten Abend, naja, kann's ja losgehen Wieso? Die Taxi ist da, Sie sind doch Herr Sonntag Ja, richtig, aber nun habe ich keine Taxe bestellt Na, hören Sie mal doch selber angerufen, was? Hier steht's doch, ne? Sonntag, ehrlich, vier Na, mal suchen Sie mal nebenan, da wohnt auch noch einen Sonntag, ne? Das kann man ja nicht ahnen, entschuldigen Sie die Störung Wie war's denn? Ach, das ist ein Taxifahrer Sind Sie ich ja für nebenan, Sie wollten heute ins Konzert Na, wie schön, gibst du mir mal das Brot drüber? Danke Was ist denn heute los, das ist ja... Na, komm, lass mal, ich geh schon Entschuldigen Sie aber, nebenan ist keiner Na und? Na, die Anfahrt muss bezahlt werden, Sie sind doch sicherlich ein Bruder und sowas ähnliches Oh nein, ganz bestimmt nicht, was macht's denn? Na, 2,50 2,50 Bitte Vielen Dank, Wiedersehen Wiedersehen War das wieder ein Taxifahrer? Ja, derselbe Die sind gar nicht mehr da Wahrscheinlich hat's Ihnen zu lange gedauert und Sie haben doch Ihren eigenen Wagen genommen Ja, aber ich kann die Anfahrt bezahlen Wirklich feiner Nachbarn Wieso denn du? Ja, wieso ich? Ich hab das Au Du, Papi, ich hab den Schmack gespart Darf ich mir zwei weiße Mäuse kaufen? Nein, das darfst du nicht, wie oft soll ich denn da noch schnock sagen? Na und ich soll die Küchenwaage abgeben, wenn Sie hiermit unterschreiben wollen Tut mir leid, junger Mann, ich habe keine Küchenwaage bestellt Aber hier steht doch Ja, das macht ja alles sein, nur ich nehme nichts mehr an, auch keine Küchenwaage Ja, was Sie bestellt haben, ist ja Ich habe keine Warenannahme für andere Leute, geben Sie das Ding nebenan ab Errenweg 4B wohnt auch noch einen Sonntag Entschuldigen Sie mal, ich habe den Armin Ach! Robert, ist das die Küchenwaage? Ja, natürlich Sag ich doch Ich hab doch eine bestellt, hab ich dir doch erzählt Ich muss ihn unterschreiben Hier Danke Warten Sie mal, junger Mann Hier Du, du bist in der letzten Zeit unausstehlich Lass uns doch mal über den Urlaub reden Sonst ist das Jahr vorbei und du hast wieder kein Leben Ich brauche keinen Urlaub, außerdem habe ich gar keine Zeit Du musst ja nicht gleich morgen fahren Sag mal Drückt dich sonst noch was? Ach Ja, Sonntag Nummer 2 Du, das ist mir wirklich langsam zu blöd Für die Dummheiten und Und die Nachlässigkeit von anderen Leuten gerade zu stehen Reg dich doch nicht so auf Bei gleichen Namen werden immer Verwechslungen vorkommen Besonders in der ersten Zeit Dich möchte ich sehen, wenn die eines da aus die Fremdarbeiter Ein paar Scheiben einschmeißen, nicht? Oder du aufhierst, dass dein Mann angst Puh, sie hat mit der hübschen Sekretärin Hat er denn das? Ach du, was weiß ich denn was Heute morgen habe ich ein Mädchen getroffen auf der Verwaltung Ich war ganz hingerissen von ihm Also mit der Frau komme ich prima aus Man kann mit ihr ganz normal über alles reden Sogar über den Besuch des Gerichtsvollziehers Was denn? Wird da bei denen auch gepfändelt? Mhm Die scheinen wirklich nichts als Schulden zu haben Nichts zu fassen Du Ina, wie immer Der Spediteur mahnt schon zum dritten Mal das Geld für den Umzug an Ja, das hat er doch schon längst Naja, von wegen Das nächste Mal droht er mit dem Zahlungsbefehl Wem? Uns? Na, na, nachher denen natürlich Woher weißt du denn das? Heute habe ich mal einen Brief von ihm bekommen Und den machst du auf und ließt ihn in aller Seelenruhe von Anfang bis Ende? Ja, natürlich, warum denn nicht? Dann war er gar nicht richtig zugeklebt Robert Jetzt tu mir aber einen Gefallen und geh rüber und gib den Brief ab und entschuldige dich bei ihm Ja, du, was schreibt denn eigentlich Gerti? Ach, dass sie die Scheidung hinter sich hat Ach, ja, ja, ja Du, jetzt geh aber rüber und gib den Brief ab Ja Ja Mama Sonntag Wunder Sonntag, wo brennt's denn? Ach, hier ist ein Brief für Sie, der ist versehenlich bei mir drüben eingesteckt worden Ja, ja, immer diese Verwechslung Ja, bitte, bitte verzeihen Sie, ich hab den Brief schon aufgemacht, ja? Och, das macht nichts, Herr Sonntag Na ja, also War wohl ziemlich pikant, was? Ja, als ich nicht gemeint war, wurde mir ziemlich bald klar Ja, die glauben natürlich, die sitzen am längeren Hebel, aber da irren die sich Von mir sehen die keinen Pfennig, bis sie mir den Bruch bezahlt haben, der beim Umzug entstanden ist Ach so Na ja, muss ja im Herr gesagt werden Ja, sag ich ja gerade Ja, ich würde Ihnen auch sehr dankbar, wenn Sie das auch den anderen Leuten sagen können, ja? Welchen anderen? Ja, also dem, die glauben, dass ich derjenige bin, der die Latte von unbezahlten Rechnungen hat Na wer glaubt denn das? Naja, wahrscheinlich bald ganz Bottenstedt, nicht? Wenn Ihr Gerichtsvollzieher weiterhin bei mir ein- und ausgibt Und ich die Taxen bezahlen muss, die Sie bestellt haben Ach, gestern? Ja, gestern Na, ist der doch noch gekommen Na, geschlagene Viertelstunde haben wir auf ihn gewartet Was haben Sie ihm denn gegeben? Na, zwei Mark und fünfzig Pfennig Die nehmen's auch, wo Sie's kriegen können Selbst in dieser Einöle hier Na, lassen wir mal, ist ja nicht so wichtig Ne, ne, Augenblickchen, ich hol's Ihnen gleich Ach, da ist doch wirklich So, zwei Mark Was ist denn hier los? Na, der müsste dringend mal ausspannen Der ist ja völlig mit den Nerven fertig Urlaub? Jetzt? Aber das können Sie uns doch nicht antun, Herr Saar Ja, ich brauche ein paar Tage Ruhe Was ist es denn? Immer noch der Zahn? Der muss doch nun bald rauskommen Na ja, das auch, aber das ist es nicht alleine Was denn noch? Die Sache mit den Gastarbeitern haben wir doch geklärt Oder gibt's da immer noch Ärger? Nein Höchstens mit meinem Namenswetter selber Ja, lachen Sie nur Haben Sie immer jeden zweiten Tag niemand im Haus, der irgendwelche Schulden kassieren will? Ja, und das Schlimmste ist, ich... Ich benehme mich wie ein verklemmter Schüler, wirklich Und lass mich zu lötseligen Reaktionen hinreißen Ich bin einfach allergisch auf den Kerl, so was gibt's ja, ne? Wenn man sowieso schon ein bisschen durchgeregt ist Sie werden ihn ja nicht mehr sehen Warum? Ja, er soll versetzt werden Wieso denn? Sein Leserbrief an die Zeitung war so eine Art Selbstschuss Die Straßenbaufirma muss ihre Termine halten Das kann sie nicht, wenn sie Schwierigkeiten mit den Arbeitern hat Ja, hat sie denn Schwierigkeiten? Sie zum Haus Ach, wär das schön Ja, ich würde mich bemühen, ihn in bester Erinnerung zu behalten Eigentlich bin ich ja nur gekommen, um Ihnen Ihr Kochbuch wieder zurück zu geben Ach, das hätte doch noch Zeit gehabt Nachher vergesse ich's in dem Umzugstrubel, also vielen Dank Wann soll's denn losgehen? Montags kommt zu Sonntags der Möbelwagen Na dann alles Gute, Wiedersehen Und lassen Sie den Kopf nicht hängen Die Schwaben sind auch nette Leute Na, ihr Süßen, guten Tag Da, Rina, komm mal her, schau mal, dann wieder mal, Herr Sekretär Also auch wenn der erbt ist, da kannst du mir nicht weismachen, dass die aus einer guten Familie kommen Robert, hör auf Was hast du denn? Wir sollten uns wenigstens von Ihnen verabschieden Nein, nein, also beim besten wenig, ne wirklich, das Robert, so gefällst du mir gar nicht Sie waren zwar anders als wir, ja, aber so schrecklich auch für dich Na, so gut Ich bin ja schon ganz friedlich Papi, Papi, guck, was uns das Wasser geschenkt hat Das darf doch nicht wahr sein Und du sagst uns doch nicht, Robert Das war doch nett gemein Also bitte hier, wenn du mal eins darf Es ist aber nett, dass wir uns auch auf Wiedersehen sagen, da freuen wir uns aber ehrlich Auf Wiedersehen und alles Gute 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 Und ich hoffe, Sie haben uns die Sache mit dem Leserbrief nicht all zu übel genommen Sie wissen ja, man wird alt wie eine Kuh und laden immer noch dazu Die werden mal los, was? Ja, und die hätten wir, was machen wir denn jetzt damit? Erstmal müssen Sie Namen haben Meiner heißt Max und mein Name Moritz Moritz? Dann hast du doch ein Weibchen, hat er gesagt Was? Wenn wir Sie gut pflegen, hat er gesagt, vermehren Sie sich desto schneller Im Quadrat Was heißt im Quadrat? Na ja, im Quadrat Ungeheuer schnell Au, prima! Robert, ich will kein Haus voller Mäuse, was machen wir damit? Na ja, erstmal abwarten, wenn wir da drüben einziehen und dann gleich weiter verschenken Hoffentlich haben Sie Kinder, was? Robert! Guten Nachts, Robert! Na, opo! Armin hat Hunger Untertitelung des ZDF für funk, 2017